Hans, was soll ich machen? Bitte übertreib mich dieses Mal, bitte. Ähm, ja, wir gucken erstmal so ein bisschen rum. Wen hast du eigentlich gerade in deinen Freunden drin? Du hast ja wegen Ankymo bestimmt jetzt krasse Leute in deiner Liste, oder? Äh, ja, löscht mal den heulenden Mann. Oh mein Gott, nein. Crying Man. Ja, das wird Zeit, dass der heulende Mann aus deiner Liste rausfliegt. Oh mein Gott, jetzt ehrlich. Sei froh, dass ich dir Hyra drin lasse, Lukas. Ja, hast du schon recht, aber trotzdem. Hä, wer ist denn 26.02.2022? Äh, ich hab keine Ahnung, wer das ist. So, dann zeigst du mir jetzt mal deinen Schau.